Hallo, heute habe ich einen Tipp für dich. Wenn du ein Dual-SIM-Handy hast, also ein Handy mit zwei SIM-Karten und gerne WhatsApp mit beiden Telefonnummern nutzen möchtest, geht das jetzt ganz einfach. Du gehst auf deinem Samsung-Handy in die Einstellungen, dann klickst du auf Erweiterte Funktionen, dann auf Dual Messenger und aktivierst dort oben WhatsApp. Jetzt installiert sich ein neues WhatsApp und dort kannst du dann ganz normal deine Nummer eingeben von der zweiten SIM-Karte und mit zwei WhatsApp zwei Telefonnummern nutzen. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir weiter. Wenn du noch weitere Fragen hast, gerne bei uns vorbeischauen. Wir helfen dir auch gerne beim Einrichten. Bis dann!